So, heute mal wieder schöne Gräser aus dem schöner Bayern. Heute mal wieder ein Sirenen-Panorama-Video. Mit der Besonderheit, dass heute ganz viel Schnee liegt. Für uns hat es geschnallt, die letzten zwei durch. Und jetzt schauen wir uns wieder mal unsere schöne Sirenen an. Leider ist ein bisschen Nebel hinter, aber der Rest soll schon passen. Die ersten Sirenen holen jetzt. Und ich werde vielleicht später dazuschreiben, wo genau die Sirenen geholt haben. Und jetzt wünsche ich euch voll Spaß bei unserem weißen Sirenen-Video. Ich denke, dass das heute ein gutes Video wird, weil bei uns ist heute ausnahmsweise Windstuhl. Das kennt man gar nicht so von uns. Aber finde ich schon mal relativ gut und passend. Wo ist denn jetzt meine Bank hier? Haben sie es dir über den Winter weggemacht? Nein, das ist nicht gut. Ich wollte jetzt eigentlich meinen Wecker hinstellen. Ich glaube, man muss ohne Wecker weggehen. Ich glaube, man muss ohne Wecker weggehen. Und hier sind wir die Einstieg in ihrer Südlzeit. Ich glaube, man muss ohne Wecker weggehen. Ich glaube, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Ende des Heute